Fitness mit Marc Folge 432 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Beim Eiweißpulver setzt er voll auf Vanille. Marc Maslow! Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitness-Coach von Marathonfitness.de. In dieser Folge geht es um das M der Marc-Formel. M steht für Mentaltraining und was ich damit meine, ist alles, was im Kopf passiert und dir dabei hilft, deine Ziele noch besser zu erreichen. Lass uns dazu in der heutigen Folge einen Gedanken aufgreifen, der schon tausende Jahre alt ist und trotzdem häufig vergessen wird. Ein Gedanke, der dir dabei helfen wird, deine Fitnessziele zu erreichen, deine körperlichen Ziele zu erreichen und warum du dich von dem Gedanken trennen darfst, dass es dort draußen dir eine Wunderpille gibt, deine Themen für dich löst. Der Werbepartner dieser Folge ist Koro. Ich habe Koro entdeckt, als noch Lockdown war, weil ich gerne Lebensmittel online bestelle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bestelle gerne große Mengen. Ich zahle lieber ein bisschen mehr und spar dann in Summe. So ähnlich wie aus dem L'Oreal-Film Papa and Deporters, wo er eine ganze Palette voller Senfgläsern bestellt. Ich bin so ähnlich. Ich bestelle große Portionen und das reicht dann auch ein bisschen. Und genau das bietet Koro auch. Die haben qualitativ hochwertige Lebensmittel, die du online bestellen kannst in großen Portionen und die reichen dann auch ein bisschen länger. Auf deren Website korodrogerie.de findest du eine riesengroße Auswahl an verschiedenen gesunden Produkten, wie zum Beispiel ein hervorragendes Mandelmus oder mein absoluter Favorit sind die Ingwer-Shots, die du in dein Trainingsgetränk reinmischen kannst oder eben auch so als Durstlöscher, denn da ist kein Zucker drin. Das ist einfach nur gepresster, abgefüllter Ingwer, der einfach wunderbar schmeckt. Und als drittes bestelle ich mir regelmäßig die Soja-Protein-Crispies mit 75% Protein und Kakao. Tolle Möglichkeit, dein Frühstück mit Protein aufzupeppen und es schmeckt einfach genial. Meine Empfehlung, klick dich einfach mal durch, durch das Sortiment auf korodrogerie.de. Und wenn du den Code FMM, wie Fitness mit Marc, beim Bezahlen eingibst, dann bekommst du nochmal 5% Rabatt auf deine Bestellung. Vor einigen Jahren hatte ich mal das Glück, den Buchautoren Ryan Holiday zu treffen auf einer Konferenz in den USA. Ryan hat damals das, wie ich finde, absolut lesenswerte Buch Dein Hindernis ist der Weg veröffentlicht, das auch hier in Deutschland auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist und da geht es um Stoizismus. Jetzt fragst du dich vielleicht, was du von diesen uralten Philosophen über fitnesskompatible Ernährung lernen kannst. Und die Antwort ist so einiges und zwar so einiges, von dem ich glaube, dass du es auf jeden Fall wissen und verinnerlichen solltest. Ich würde sogar so weit gehen, dass der Stoische Ansatz, angewandt auf das Thema ausgewogene Ernährung, einer der Schlüssel ist, um dieses Thema Ernährung in unserer heutigen Kultur, in unserer heutigen Gesellschaft für dich zu lösen. Denn bei dem Ansatz der Stoiker geht es darum, dass du glücklich wirst, dass du ein zufriedenes Leben lebst und zwar indem du effektive Tools mit an die Hand kriegst, die dir dabei helfen, die Hindernisse zu überwinden, die das Leben dir in den Weg stellt. Den Stoikern, denen geht es nicht darum, die Welt um dich herum zu kontrollieren. Stattdessen geht es darum, wie du mit diesem Umfeld umgehst. Angewandt auf die Ernährung heißt das, dass du anfängst zu lernen, mit dem Wind zu segeln, den Wind zu akzeptieren, aus welcher Richtung er kommt und dementsprechend das Segel zu stellen. Das heißt, du musst nicht alle Hindernisse aus dem Weg räumen und du kannst es in meiner Welt auch gar nicht, die dir von außen vor die Füße gelegt werden, was deine gesunde Ernährung angeht. Und damit meine ich solche Dinge wie im Restaurant essen, zu Festen eingeladen zu werden, Eiscreme, Kuchen essen, all die schönen Dinge, die es da draußen gibt, sondern das zu akzeptieren als Teil deines Lebens und zu schauen, wie du eine Lösung findest, sodass du das einbeziehst in dein Leben. Lebensmittel, die gibt es da draußen überall. Und wer sich in dieser Gesellschaft bewegt, der wird auch immer wieder an Punkte kommen, wo es nun mal Leckereien gibt, wo es verschiedene Optionen gibt, zwischen denen du dich entscheiden darfst. Und deswegen ist es in meiner Welt ganz wichtig, dass du lernst, dich komfortabel in dieser Umwelt zu bewegen und einen Weg zu finden, der für dich funktioniert. Und deswegen ist es mir so wichtig, nicht in die Falle zu tappen, in die viele Diäten da draußen uns locken wollen. In meiner Welt sind Totalverbote absolut kontraproduktiv. Und wenn wir mit Klienten arbeiten, dann gibt es auch da keine Ernährungsverbote. Das macht dir, wenn du diesem Gedanken folgst, Stichwort 90-10-Regel, über die haben wir hier im Podcast auch schon häufiger gesprochen, ist auch ein zentrales Element in meinem ersten Buch Looking Good Naked. Allein der Gedanke, dass alles erlaubt ist, ist für die meisten Menschen eine absolute Befreiung. Es gibt viele Diäten da draußen. Nehmen wir die Paleo-Diät oder die Ketogene-Diät oder was auch immer. Die funktionieren, zumindest für eine Zeit lang, vielleicht für zwei Wochen, vielleicht auch für einen Monat. Und die meisten Menschen hören danach damit auf, weil ihnen etwas fehlt, weil bestimmte Dinge verboten sind. Und sobald dann einmal etwas anderes gegessen wird, was eben verboten ist, kommt dieses Gefühl auf von, oh, jetzt habe ich versagt. Jetzt habe ich etwas getan, was ich eigentlich nicht darf. Und das baut ganz schön viel Druck auf. Und in meiner Welt ist das auch einer der Gründe, warum Diäten, die eben bestimmte Dinge komplett verbieten, langfristig nicht funktionieren. Zumindest für viele, viele Menschen da draußen. Kommen wir zurück zu Ryan Holiday. Was er in seinem Buch sagt, ist folgendes. Du kannst jedes Hindernis, das sich dir in den Weg stellt, überwinden. Und zwar, indem du drei Schritte gehst. Schritt Nummer eins ist die Wahrnehmung. Schritt Nummer zwei Handlung. Und Schritt Nummer drei der Wille. Was meint er damit? Nun, mit der Wahrnehmung ist die Art und Weise gemeint, wie du auf Probleme blickst, wie du sie bewertest und mental damit umgehst. Punkt Nummer zwei, die Handlung. Das ist die Energie und die Kreativität, die du mitbringst, um Lösungen zu generieren und sie als Chancen zu sehen. Ja, und Punkt Nummer drei, damit ist die Kultivierung und Beibehaltung eines inneren, starken Willens gemeint, der dich dranbleiben lässt. Der dir Zuversicht gibt, jedes Hindernis, das sich dir in den Weg stellt, überwinden zu können. Jetzt haben die Stoiker damals nicht die Situation gehabt, die wir heute haben, mit lauter, super leckeren, hochverarbeiteten Lebensmitteln, also einem gesamten Minenfeld von Hindernissen, was die Ernährung angeht, um uns herum. Und sie kannten auch noch nicht diese Lebensmittel, die eben wirklich das Belohnungszentrum im Gehirn dermaßen ansprechen, dass es leicht ist, Gewohnheiten aufzubauen, die dich nicht unbedingt zu deinem Fitnessziel bringen. Und hier im Podcast, hier bei Fitness mit Marc, geht es um viele Strategien, die du nutzen kannst, um mit solchen Situationen umzugehen. Der vielleicht wichtigste ist, erstmal wie du gedanklich an die Situation rangehst. Und da geht es darum, dass du akzeptierst, dass du nicht jede einzelne Versuchung da draußen, die sich dir bietet, vermeiden musst. In meiner Welt wäre das, in der Gesellschaft, in der wir leben, zumindest hier bei uns in Deutschland, Österreich oder der Schweiz oder in anderen westlichen Nationen, fast unmöglich. Und in meinen Augen ist das auch gar nicht nötig. Der Punkt ist ja der, würdest du etwas essen, was verboten ist, dann kippt ja der erste Domino-Stein schon um. Dann kommt das schlechte Gewissen um die Ecke, das dir sagt, du hast versagt. Diese Diät funktioniert nicht für mich. Ich fühle mich ja eingesperrt. Und das ist der Punkt, an dem viele dann aufgeben. Warum also das System bekämpfen, wenn es einen Weg gibt, mit dem System zu leben? Und das ist der andere gedankliche Ansatz, den ich dir anbieten möchte an der Stelle. Die Frage, wie finde ich einen Weg, der die Rahmenbedingungen akzeptiert, in denen ich nun mal lebe? Und das bringt mich zum zweiten Punkt für die heutige Folge. Das Konzept der Wunderpille. Harte aufs Herz. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass nur eine kleine Veränderung auf wundersame Weise dazu führt, dass alles für dich besser wird? Falls ja, dann hast du die Wunderpille schon kennengelernt. Oder das mentale Konzept der Wunderpille, das mal so gerne im Marketing verwendet wird. Es sieht aus, wie eine Antwort auf die Frage, die ich eben gestellt habe. Wie findest du eine Lösung, die deine Rahmenbedingungen berücksichtigt und die schön leicht ist, die dir das Leben leicht macht? Und das ist ja eine gute Frage. Und auf der Suche nach der einfachen Lösung kommt dann das Konzept der Wunderpille, wie der sprichwörtliche Wolf im Schafspelz um die Ecke und sagt dir, lass doch einfach die Kohlenhydrate weg. Oder lass den Zucker weg. Oder lass das Abendessen weg. Und auf einmal lösen sich all deine Probleme von selbst. Tja, und für die meisten Menschen ist genau das, was so einfach erscheint, dann in der Realität nicht wirklich einfach durchhaltbar. Und indem du versuchst, den Kampf gegen ein bestimmtes Lebensmittel oder eine Lebensmittelgruppe zu gewinnen, führt es dann doch dazu, dass zumindest bei vielen Menschen der Kampf gegen das Konzept einer gesunden Ernährung verloren wird. Zumindest für den Moment. Denn wenn du lernst, solche Wunderpillenansätze im Ansatz zu erkennen, dann hilft es dir auch, in diese Falle gar nicht reinzutreten. Und ich gebe einfach mal ein paar Beispiele, die du vielleicht schon mal gehört hast und die in diese magische Pilleformel reinpassen. Damit meine ich solche Glaubenssätze wie Fett macht dich fett oder Kohlenhydrate machen fett oder Frühstücken macht fett oder zu viel am Abend zu essen macht fett oder Gluten macht fett Milchprodukte machen fett Alles, was nicht Paleo ist, macht fett Entzündungen machen dich fett Hormonstörungen machen fett Hoher Blutzucker macht fett oder Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index machen fett Die Liste ist noch lang nicht zu Ende und ich glaube, der Gedanke dahinter wird klar. Bei den meisten Diäten stehen die Dinge im Scheinwerferlicht, die dick machen Und am besten geben sie dir noch eine Liste von diesen Lebensmitteln oder von diesen Nährstoffen Und das ist das Gleiche, als würdest du eine Liste mit all den Möglichkeiten aufstellen, wie dir das Geld ausgeben kann. Nur weil du Geld hast, das du ausgeben kannst, heißt das ja noch lange nicht, dass du damit pleite gehst. Wenn du dein Vermögen vermehren willst, dann hängt das davon ab, wie viel Geld du sparst, wie viel du investierst, unabhängig davon, wie viel du verdienst. Hast du ein Sparkonto? Investierst du? Lebst du so, dass du im Rahmen deiner finanziellen Möglichkeiten bleibst? Dann ist es doch völlig in Ordnung, auch mal Geld für Dinge auszugeben, die du schön findest. Und mit den Lebensmitteln ist es genauso. Es gibt viele mögliche Ursachen für eine Zunahme an Körperfett, für eine Zunahme an Gewicht auf der Waage und die hängen alle auch mit der Aufnahme von Kalorien zusammen. Deine Aufgabe ist es, nicht die Kalorien zu vermeiden, sondern deine Aufgabe ist es, einen Plan zu erstellen oder eine Lösung zu finden, die es dir leichter macht, gute Entscheidungen zu treffen, damit du dich ernährungstechnisch eben nicht bankrott fühlst. Jetzt ist es zumindest bei den Finanzen ja relativ leicht zu erkennen, wann du Geld einnimmst und wann du Geld ausgibst. Aber im Gegensatz zu den Finanzen ist es bei der Ernährung ein bisschen schwieriger zu wissen, was jetzt dazu führt, dass du zunimmst oder abnimmst. Und auch wenn du eine Waage zu Hause hast und die auch benutzt, ist es nun mal ein bisschen schwieriger, bei Ernährungsformen rauszufinden, ob sie funktionieren. Es kann eben gut sein, dass du alles richtig machst und es bewegt sich nichts auf der Waage, es tut sich da nichts. Woran machst du Fortschritte fest? Es kann auch gut sein, dass die Waage nach unten geht und dann geht sie wieder nach oben und du denkst, da stimmt irgendwas nicht. Es ist also wichtig, das Gesamtbild zu sehen und nicht auf kleine, normale Schwankungen überzureagieren. Es geht also eher darum, den Kurs zu halten, als ständig Umwege zu machen. Wenn wir bestimmte Krankheiten oder Allergien mal außen vor lassen, dann können wir sagen, es ist nicht das eine Lebensmittel, das Probleme verursacht oder Probleme löst. Wenn du gesünder, wenn du fitter werden willst, dann ist meine Empfehlung, hör am besten auf, dir um einzelne Lebensmittel allzu viele Gedanken zu machen. Ja, es ist wichtig, auf die Menge zu achten, gerade die Menge der übermäßig verarbeiteten Lebensmittel. Da ist es eine gute Idee, das Ganze einzuschränken, gerade die Lebensmittel, die eben darauf gebaut sind, darauf designt sind, unser Belohnungssystem anzusprechen, die dürfen wir ein bisschen einschränken und es gibt einen Weg zu lernen, wie das funktioniert. Und ich mag den Gedanken, dass du dich mit der Frage beschäftigst, wie funktioniert ausgewogene Ernährung möglichst simpel? Wie sieht eine Lösung aus, an der du mit Leichtigkeit dranbleiben kannst? Ich habe den Eindruck, dass wir uns nur allzu oft in unnötigen Details verlieren. Häufig hören wir, dass wir uns um unseren Stoffwechsel kümmern müssen oder dass wir uns um unsere Hormone kümmern sollen. Und wir lesen und wir hören, dass wir bestimmte Lebensmittel tunlichst meiden sollen, weil sie nun mal Entzündung verursachen könnten. Und am Ende bringt uns das dann häufig doch auf den Holzweg. Denn wenn wir uns auf die Fakten beschränken, dann sehen wir, dass Zucker für sich genommen nicht dick macht. Ein Gramm Zucker hat nun mal nur, in Anführungszeichen, vier Kalorien. Und genau mit dieser Fragestellung, ist Zucker schlecht für dich, haben wir uns ja schon im Detail beschäftigt, in Folge 425. Wenn du neu dabei bist oder die Folge noch nicht gehört hast, höre Empfehlung, hör da mal rein. Kohlenhydrate machen, für sich genommen nicht dick, solange du nicht am Ende des Tages zu viele Kalorien zu dir nimmst. Und wenn wir über Entzündung reden, dann können wir sagen, dass eine Entzündungsreaktion des Körpers etwas völlig Normales ist. Es ist auch eine Reaktion auf ein intensives Training zum Beispiel. Da wollen wir diese Entzündungsreaktion haben, weil die ein wichtiges Signal für die Superkompensation, für den Aufbau von Muskulatur, für das Besser, für das Fitterwerden gibt. Und auch die häufig kritisierten Blutzuckerspitzen sind auch etwas Normales und haben keinen Einfluss auf Hunger oder Hormone, solange der Blutzucker eben nicht erhöht bleibt und sich eben wieder stabilisiert. Heutzutage sehe ich immer mehr Menschen mit solchen Blutzuckermessgeräten, wo eben kontinuierlich der Blutzucker gemessen wird. Menschen aus dem Fitnessbereich. Und wenn du mich fragst, ich finde die Frage auch interessant, mich damit zu beschäftigen, wie mein Blutzucker auf bestimmte Dinge reagiert. Aber wenn es dir darum geht, abzunehmen oder wenn es dir darum geht, deine Traumfigur zu erreichen, dann brauchst du sowas nicht. Viele Menschen machen sich mit solchen Fragestellungen eher verrückt. Das ist eine Typfrage. Ich würde also niemanden da draußen per se allgemein empfehlen, so ein kontinuierliches Blutzuckermessgerät zu verwenden. Es sei denn, du sagst für dich, Mensch, ich finde die Technik mega interessant und ich habe da Bock drauf. Ich bin der Meinung, dass die meisten Barrieren, die uns Menschen davon abhalten, fit zu werden, gesund zu werden, nicht beseitigt werden, indem du Perfektion anstrebst. Das, was du brauchst, ist die richtige Kombination aus effektiv auf der einen Seite und praktisch umsetzbar auf der anderen Seite. Also effektiv und praktisch. Es geht also darum, Widerstand und Leichtigkeit in Einklang zu bringen. Wenn du versuchst, dir einen Weg zu bahnen, aber in dir drin bist du eigentlich gar nicht bereit, diesen Weg zu gehen, dann kann es schon sein, dass du bestimmte Hürden auf diesem Weg abräumst, dass dieser Weg weniger holprig wird, aber es heißt eben nicht, dass du dein Ziel dann auf diesem Weg auch erreichst. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, Mark, was bedeutet das denn jetzt, in meinem Leben? Was bedeutet das in der Praxis? Was soll ich ändern? Und meine Antwort auf diese Frage ist, am besten hörst du auf, nach Hacks, nach Abkürzungen hin zu deinem Fitnessziel zu suchen. Der menschliche Körper ist super komplex und diese Komplexität, die lässt sie nicht auflösen, indem wir ganze Lebensmittelgruppen weglassen. Es geht weniger um die Frage, gibt es ein einziges Lebensmittel, das ich weglassen sollte? Die eigentliche Frage ist doch, was kannst du essen, um dich satt zu fühlen, um zufrieden zu sein, ohne Heißhungerattacken zu bekommen und dich mit dem Thema Ernährung übermäßig zu stressen? Und das ist der Punkt, an dem du dir die ganze Sache leicht machen darfst. Du kannst aufhören, Wissenschaftler zu spielen, in die Details tief einzusteigen, wenn es dich mehr stresst, als dir gut tut. Und stattdessen legst du den Fokus auf gesunde Gewohnheiten, auf Verhaltensweisen, die du verstehen kannst und vor allen Dingen, die du umsetzen kannst und von denen du mit hoher Sicherheit sagen kannst, das fällt mir leicht, das gefällt mir und da kann ich, wenn ich möchte, so lange dranbleiben, wie ich will. Und wenn wir über Ernährung reden, dann heißt das, dass du die Dinge isst, die dich satt machen, damit du keinen Heißhunger bekommst und das heißt eben auch, dass du einige deiner Lieblingsspeisen genießt, damit du dich nicht völlig eingeschränkt fühlst. Und wenn du das tust, dann kannst du deinem Körper, dann kannst du deiner Biologie den Rest überlassen, sowohl was deinen Körper selbst angeht, als auch was deine Psyche angeht. Und wie du diesen Doppelschlag erfolgreich durchführen kannst, darum geht es auch hier im Podcast, darum geht es in den vergangenen Folgen und darum wird es auch in den zukünftigen Folgen gehen. Auch das habe ich ja schon häufiger gesagt, du darfst das, was ich dir hier an Lösungen anbiete, als Buffet sehen, von dem du dir das, was sich für dich richtig anfühlt, mitnehmen kannst und ausprobieren kannst. Und dabei ist mir wichtig, diesen einen Gedanken dir mit auf den Weg zu geben. Der erste Schritt zum einfachen Erfolg, egal ob wir über Fitness oder Gesundheit reden, führt über mehr Zufriedenheit beim Essen und weniger Verbote, weniger Mangelgefühle, mehr Freiheit beim Essen und die gibt es. Und darum geht es auch hier bei Fitness mit Marc in den Ernährungsfolgen. Und das bringt mich zu einem dritten Gedanken, über den ich heute in dieser Folge mit dir reden möchte. Gehen wir zurück zu den Stoikern. Es gibt einen bekannten stoischen Gedanken und der nennt sich Amor Fatih oder die Liebe des Schicksals, die Liebe zum Schicksal. Und das heißt frei übersetzt so viel wie, wir Menschen haben keine Kontrolle über unsere Ergebnisse, aber wir haben Kontrolle über unsere Handlungen und wir können kontrollieren, wie wir auf eine bestimmte Situation, auf die wir treffen, reagieren können. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn es ums Abnehmen geht oder meinetwegen auch ums Zunehmen, dann geht es meistens darum, was du essen solltest. Aber meist ist das größte Problem, nicht zu wissen, welche Lebensmittel gesund sind oder welche ungesund sind. Wenn wir bei uns im Coaching unsere Klienten fragen, was meinst du, macht eine gute, eine gesunde Mahlzeit aus, dann wissen sie in der Regel, welche Lebensmittel ihnen helfen und welche Lebensmittel ihnen vielleicht nicht ganz so sehr helfen. Das Problem ist meistens nicht das fehlende Wissen, sondern das Problem sind die vielen Versuchungen, denen wir jeden Tag ausgesetzt sind. Wenn ich auf die Straße vor unserem Haus gehe, dann ist da gegenüber eine wunderbare Konditorei und wenn ich da vorbeigehe, dann zieht aus der Tür der Geruch von frischen Backwaren raus. Und ich kann jeden und jede da draußen verstehen, die bei so einem Geruch schwach wird. Dass das Übergewicht bei uns in unserer Gesellschaft so einen großen Stellenwert einem und statistisch gesehen sind mehr als die Hälfte der Menschen, die bei uns leben, inzwischen übergewichtig, Tendenz steigend. Das heißt, all diese Menschen nehmen mehr Kalorien über einen langen Zeitraum zu sich, als sie verbrauchen. Und meine These ist, das liegt an den vielen Versuchungen da draußen. Es liegt nicht daran, dass diese Menschen ständig Hunger haben. Und ich glaube auch, dass es häufig damit zusammenhängt, dass bestimmte Emotionen mit bestimmten Lebensmitteln verknüpft sind. Es gibt Menschen, die etwas essen, von dem sie vielleicht wissen, dass es ihnen nicht gut tut. Und danach haben sie Schuldgefühle und das kompensieren sie dann mit noch mehr Essen. Wie gehen wir damit um? Meiner Erfahrung nach ist der Schlüssel, dass du dir diesen vielen Versuchungen erstmal bewusst wirst und es dir leichter machst, ohne ständige Schuldgefühle zu essen. Das Leben ist schon so kompliziert genug und es ist chaotisch und läuft eben selten so, wie wir es uns wünschen oder wie wir es geplant haben oder wie wir es erwartet haben. In einer perfekten Welt würdest du jede Mahlzeit nach Plan selbst kochen und hättest viel, viel Zeit dafür, dich damit zu beschäftigen. Du hättest nie Heißhunger auf kalorienreiche Lebensmittel und würdest wirklich jede Nacht gut und lange schlafen, ohne dich zu fragen, warum du vielleicht heute nicht so gut einschläfst oder nachts wach wirst oder morgens. Aber so funktioniert das nicht. Was wir brauchen ist mehr Flexibilität, damit wir uns an das echte Leben anpassen können. Und das bedeutet auch, dass wir einen Plan brauchen, der uns an Tagen unterstützt, an denen wir keine Zeit zum Kochen haben, weil wir vielleicht die Arbeit im Nackensitzen haben, weil wir vielleicht nicht so gut geschlafen haben, weil wir an so einem Tag vielleicht einfach fertig sind und die Kinder die ganze Zeit heulen. Und deswegen brauchen wir auch Pläne, die flexible Rahmenbedingungen für solche gestressten, chaotischen Tage anbieten und es auch mal zulassen, dass wir vielleicht eine ungesündere Option wählen. Und was noch wichtiger ist, wenn du unperfekt sein kannst, dann hast du eben keinen Grund mehr zu denken, dass du die ganze Woche ruiniert hast, weil du vielleicht eine Mahlzeit oder zwei oder auch drei Mahlzeiten dich nicht so ernährt hast, wie es in deinem perfekten Plan drin steht. Und deswegen funktionieren viele Diäten da draußen für die meisten Menschen meiner Erfahrung nach nicht, weil sie eben gemacht sind für hochgradig kontrollierte Rahmenbedingungen, die mit dem realen Leben wenig zu tun haben. Solche Ansätze sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und das ist der Punkt, wo es gut ist, dich auf das zu fokussieren, was du kontrollieren kannst, während du gleichzeitig sagst, es ist auch okay, wenn ich bestimmte Dinge nicht kontrollieren kann. Und verstehe mich richtig, es ist eine gute Idee, Kochen zur Gewohnheit zu machen, möglichst häufig selbst zu kochen und dich auf die Lebensmittel zu fokussieren, die dir viele Nährstoffe bringen, die eine hohe Nährstoffdichte haben, vielleicht eine niedrigere Kaloriendichte, wenn du abnehmen möchtest und die dir das geben, was du nun mal für deine Fitness und Gesundheit brauchst. Aber Perfektion führt selten zum Ziel. Den Hürden, die da vor dir stehen, ins Auge zu sehen, bedeutet eben auch, dass du eine Lösung brauchst, einen Plan, der Chaos und Unvorhergesehenes in deinem Leben zulässt. Du brauchst also etwas, das sich so anfühlt, als würde es das Leben, das du dir ausgesucht hast, verstehen. Und dazu gehört auch, die Lebensmittel zu kennen, die unser Belohnungszentrum so sehr ansprechen, die daraufhin designt sind, wie wir ja auch schon in Folge 425 besprochen haben, dass sie fast eine Situation auslösen, wie beim Konsum von Drogen. Es ist wichtig zu wissen, warum es nun mal Energie kostet, alte Gewohnheiten zu verändern, warum du hier am besten schrittweise vorgehst und wie viel Zeit du dir nehmen darfst. Ist schon ein bisschen her, aber in Folge 181 bekommst du die Antwort auf genau diese Frage mit den Gewohnheiten. Prinzipielle Fragen wie diese, die bringen dich am Ende weiter und mit mehr Leichtigkeit weiter, als die Frage, welche Diät nun die bessere ist, ob es die Paleo-Diät ist oder die vegane Diät, ob intermittierendes Fasten oder Ketoernährung. Inzwischen wissen wir, dass Diäten, wenn wir über das Abnehmen reden, die den Fokus darauf legen, was du künftig nicht mehr essen darfst, die dich einschränken, die dir ein Gefühl von Mangel geben und die unflexibel sind, also sich gar nicht an diese chaotischen oder sich verändernden Lebensumstände anpassen lassen, langfristig wenig Chancen auf Erfolg haben. Und das bringt mich zurück zum Gedanken von Ryan Holiday. Dein Hindernis ist der Weg. Es ist Zeit, dass wir die Hindernisse, die vor uns liegen, wertschätzen, dass wir sie akzeptieren, anstelle damit zu hadern und zu sagen, es gibt so viele Versuchungen da draußen, warum ist das so? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, diese Rahmenbedingungen und die Gesellschaft, in der wir nun mal leben, anzunehmen und damit zu arbeiten. Ich glaube, dass die meisten Menschen da draußen so viel kämpfen, weil sie nicht akzeptieren, dass sie über bestimmte Dinge in ihrem Leben keine Kontrolle haben. Und das frustriert sie, führt aber am Ende des Tages nicht weiter. Langfristig ist es effektiver, die Dinge zu akzeptieren und sich selbst an diese Rahmenbedingungen anzupassen, die du nicht verändern kannst und das in deinem Umfeld umzubauen, was du tatsächlich verändern kannst. Wenn es etwas im Leben gibt, was sicher ist, dann ist es doch die Veränderung und die Hindernisse, denen wir begegnen dürfen. Klar könntest du dich auf der einen Seite zurückziehen und dir deine eigene Fitnessfestung bauen oder du lernst, mit den Karten zu spielen, die das Leben da draußen dir nun mal austeilt. Und am Ende hast du deswegen mehr Kontrolle über dein Leben und deine Fitness, weil du einfach nicht mehr alles kontrollieren musst. und auf einmal siehst du Möglichkeiten, dein Leben zu leben und dabei trotzdem gesund und fit zu sein in Situationen, von denen du früher mal dachtest, dass du diesen Situationen besser aus dem Weg gehst. Und das bringt mich zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte dir vielleicht ein paar Impulse, ein paar neue Sichtweisen mitgeben, wie ich auf das Thema nach gut aussehen blicke, auch vor allen Dingen auf das Thema langfristig dranbleiben, denn darum geht es mir mit diesem Podcast und mit meiner Arbeit. Und in der nächsten Folge habe ich hier jemanden zu Gast, der genau das in seinem Leben wunderbar umsetzt. Und damit wünsche ich dir eine fitte Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dann. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcasts gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich Podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine Fünf-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.